Hi, hi du Liebe. Ja, jetzt komme ich zu den Informationen zum Programm Transformieren eine Beziehung zu anderen Menschen. Ja, es ist ein Programm, das dort ansetzt, wo die meisten Menschen einen richtig tiefen Schmerz spüren, wenn es darum geht, mit anderen Menschen eine Beziehung aufzubauen, eine Beziehung zu führen. Und meistens sind es Liebesbeziehungen. Liebesbeziehungen, die dann zu Liebeskummer führen, wo man dann sich abgelehnt, nicht anerkannt, nicht geliebt, nicht unterstützt fühlt. Und ich lehre euch nach Neville Goddard, nach Neville Goddards Prinzip Everyone is you pushed out, was du in dir selber verändern kannst, damit im Außen dein Partner oder dein Beziehungsgegenüber dir genau das widerspiegelt, was du gerne hättest. Nämlich, dass du geliebt wirst, dass du wichtig bist, dass du anerkannt wirst, dass du unterstützt wirst und vieles, vieles mehr. Ja, das sind eigentlich die Emotionen, die Qualitäten, die wir gerne in einer Beziehung hätten. Und dass wir das nicht gespiegelt bekommen, liegt einzig und allein nur daran, dass in uns noch Überzeugungen aktiv sind, die wir aufgenommen haben, die wir übernommen haben, die wir abgespeichert haben in unserem Unterbewussten und von denen wir gar keine Ahnung haben, dass sie da sind und dass sie wirken. Denn alles, was wir glauben, das strahlen wir nach außen aus. Und zwar nicht im Sinne von einer Ausstrahlung, sondern im Sinne von einer energetischen Signatur. Und jeder Mensch, der hat diese energetische Signatur von dem, was er eben über sich und über die anderen und über die Welt denkt. Und so zeigt sich eben in anderen Menschen und insgesamt in der Welt ganz genau das, was in uns aktiv ist. Und das Schöne an der Sache ist, es ist ein Prinzip. Es ist das Prinzip, nach dem wir kreieren, nach dem wir manifestieren. Und es ist ein Teil unserer Divine Design Reise, so wie ich es nenne, dahin gehen, dass wir uns bewusst werden, dass wir alles durch unseren Seinszustand manifestieren, outpushen und kreieren. Und deswegen ist es nie eine persönliche Angelegenheit, sondern es ist tatsächlich etwas Übernommenes, was wir ändern können, wenn wir es gefunden haben und wenn wir es uns bewusst gemacht haben, dann können wir es verändern. Und das ist dieses Wunderbare an unserem menschlichen Dasein. Wir sind hier, um zu erkennen, wie wir wirken, wie wir alles bewirken, wie wir alles kreieren. Und deswegen ist es meistens dieser Schmerzpunkt aus einer Beziehung, der uns auf den Weg schmeißt. Und das ist nur der erste Schritt, weil hier geht es nochmal um das Prinzip der Schöpfung durch uns Menschen. Um das Prinzip der Manifestation aus unserem Seinszustand heraus. Und ich möchte dir dieses Prinzip näher bringen. Ich möchte dir lernen, wie du diese Prinzipien einsetzt, dass du genau das bekommst, was du dir wünschst. Und ja, dieses Programm ist eigentlich ein Einsteigerprogramm in die große Divine Design Reise. Es holt dich ab, wenn du gerade den Schmerz in den Beziehungen fühlst. Wenn du gerade hier darauf aufmerksam gemacht werden darfst, dass du in die Klarheit kommst und diese Prinzipien anwendest. Und nach der Beziehung gibt es Beruf, Business, Geld. Es ist alles auf Basis unseres Seins für uns entstanden. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir es bewusst so kreieren und so entstehen lassen, wie es unserem Wunschideal entspricht. Und es ist eine wunderbare Reise, die ganze Divine Design Reise. Ich hoffe, dass dieses Programm für dich der Einstieg ist. All deine Lebensbereiche, deinen kompletten Seinszustand in die göttliche Ordnung, in die göttliche Perfektion zu bringen. Und es ist ja so, dass es ja schon da ist. Du bist ja schon perfekt. Du bist ja schon absolut 100 Prozent in Ordnung. Nur ist es so, dass du es noch nicht bewusst weißt, dass du es nicht bewusst spürst und dass du es deswegen auch im Außen nicht gespiegelt kriegst. Und ich würde mich freuen, wenn du mitkommst. Es sind vier Wochen geplant. Das heißt, es sind vier Calls. Wir treffen uns einmal in der Woche. Wir besprechen die Prinzipien. Ich erkläre euch alles. Ich beantworte Fragen. Und ich gebe dir Hausaufgaben. Und diese Hausaufgaben ziehen sich über die ganze Woche hindurch. Das ist immer eine wöchentliche Reflexion. Und wir teilen uns und tauschen uns in der Telegram-Gruppe, in einer speziellen Telegram-Gruppe diesbezüglich auf. Hier geht es wirklich darum, dass du dir erlaubst, ganz, ganz tief zu gehen, ohne zu meinen, es geht um dich persönlich. Sondern es geht einfach um die Prinzipien, die unbeobachtet im Untergrund wirken. Dass wir die aufdecken und dass wir die verändern. Sodass du glückliche Beziehungen haben kannst. Liebesbeziehungen, Familienbeziehungen, Beziehungen zu Freunden und natürlich auch Beziehungen zu Kunden. Weil es sind alles, letztendlich sind es Beziehungen, die aus uns ausgepuscht werden. Die wir kreieren. Und die dürfen so wunderbar werden. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du dir den Ruck geben könntest, in diese vierwöchige Reise einzutreten. Ich lasse es mir offen, vielleicht noch was dran zu hängen, noch einen Bonus. Je nachdem, wie unsere Reise läuft. Und ja, also weniger wird es sicher nicht. Es wird maximal mehr. Aber es sind vier Wochen anberaumt für 1.111 Euro. Und es gibt Aufzeichnungen, die sind super wertvoll. Die darfst du behalten. Da darfst du immer wieder reinschauen. Aber mein Ziel ist es eigentlich, dass du nach vier Wochen zumindest das Prinzip, wie alles aus dir heraus entsteht und wie du alles verändern kannst und wie du die Tools, die ich dir gebe, einsetzen kannst, dass du da schon mal einen riesengroßen Anfangsschritt gemacht hast. Es wäre vorwegen zu sagen, es ist möglich, dass du in vier Wochen schon alles anders hast. Aber es ist möglich, dass du in vier Wochen schon eine andere Frau bist, die schon anfängt, die Früchte, ihre Arbeit im Außen ernten zu können. Es ist eine Divine Design Reise. Wir sind hier, um in unserer göttlichen Schönheit, Kraft und Pracht und durchs Leben zu laufen und alles zu genießen. Und diese Reise beginnt in dem Moment, wo wir uns klar werden, wie alles funktioniert. Und die Reise endet niemals, weil wir sind unendliches Bewusstsein. Und wir sind hier, um dieses unendliche Bewusstsein auszukosten und zu genießen. Und das wünsche ich mir auch für dich, weil ich selber war auch jemand, der sehr, sehr unter anderen Menschen gelitten hat. Und ich weiß, wenn sich das lüftet, wenn sich das lichtet, dann ist es so leicht und so frei. Und wie gesagt, das ist ein Teil meines großen Angebotes der Divine Design Reise, wo wir alle Bereiche anschauen. Aber fang an. Sei es dir wert. Mach dieses Invest. Du möchtest noch wissen, wann es anfängt. Es fängt dann an, wenn ich genügend Anmeldungen habe. Es wird keine große Gruppe sein. Also du wirst nicht lange warten müssen. Wir werden sehr, sehr, sehr bald starten. Wenn du dich angemeldet hast, dann werde ich dir schon ein paar Anfangsaufgaben für deine eigene persönliche Vorbereitung geben, so dass du wirklich schon sofort mit deiner Anmeldung anfangen kannst zu starten und deine Beziehungen ins absolut höchste, schönste, liebevollste, wertschätzendste zu transformieren. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach, ich beantworte sie dir wahnsinnig gerne und mir liegt es wirklich am Herzen mit diesem Angebot, genau diese Menschen zu treffen, die jetzt gerade im Moment sich so eingesperrt oder so festgefahren fühlen, weil sie diese Sachen mit den Beziehungen im Moment noch nicht auf die Reihe kriegen. Also, ich hoffe, ich habe all deine Fragen soweit beantwortet. Wie gesagt, wenn nicht, schreib mir und ich freue mich wirklich, dich im Programm zu sehen. Bis dann!